Meine Mittelschritt ist unbeweglichkeit groß. Mittelschritt anreifen. Die Heim ist gut, aber ich sehe dann an den Link. A, X, Diagonale, X, D, Reihe auf, D, R, rechts, 8 Meter. Ein A, wenn du links. F, X, Diagonale. X, G, D, Reihe auf, D, M, halbe Uhr, rechts, 10 Meter. M, X, Diagonale. X, D, Gerade aus. Die Beute links, 8 Meter. Die Beute links, 8 Meter. Halt, unbeweglichkeit, 5 Sekunden. Die Beute links, 9 Meter. Die Beute links, 9 Meter. Das ist ein Schädler, eine Seite damit gehen. Das Pferd dabei dehnen lassen am längeren Zügel. Bei E-Winstritt gerai aus. A-A aus damit. Bei E-Winstritt gerai aus. A-A aus. A-A aus. Vielen Dank.